Hallo! Willst du noch mitspielen? Oh, komm doch auf mit diesem Geld! Wow, der Zandigan! Willst du nicht für Levi spielen? Nein, du auch? Was ist mit dir? Na komm! Zuck mal hier mal rüber! 1, 2... Ja, okay, danke! Du hast kein Geld! Was ist mit dir denn? Was ist mit dir? Hast du noch ein bisschen Geld?